Jo, hallo Leute, willkommen zurück zu Super Mario World. Ich habe mein Gamepad vor ein paar Tagen angekommen und das sagte ich mir doch gleich. Das ist ein Grund, um wieder mal Super Mario World aufzunehmen. Ja, was gibt es die große Sagen? Ging ins Level? Würde ich schon sagen. Ach ja, das haben wir letztes Mal angefangen. Ich musste leider den Emulator deinstallieren. Aus dem Grund, weil ich mir den neuen Emulator runtergeladen habe. Es geht nicht im Fall. Oh mein Gott. Jetzt ist mir Yoshi. Ich habe gehauen, die Sau. Komm her. Ah, du Vieh. Safe. Oh, da ist er ja. Nein. Nein, nein. Ich will jetzt diesen Yoshi haben. Nein. Ja. Kleiner Yoshi. Ohne Fehler. Die wir ja gar nicht brauchen, weil wir schon eine haben. Nein. Nein. Ja. Boom. Komm schon, du beschissenes Bild. Nein. Nein. Ich will diesen Kak Yoshi behalten. Safe. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Nein. Oh, das war gar nicht schlecht. Für ein Mario nuwimmig. Noch mal safe, du ihr verfickten Kackbiester. Du Kackbun. Mach schneller. Mach schneller. Mach schneller. Oh, ich freue mich schon auf das nächste Mario-Projekt. Muss ich echt sagen. Drei Mal dürfte ich raten, was es ist. Und wer es, ähm, herausfindet, gewinnt wieder mal einen Keks von mir. Nein. Oh. Ich habe wieder mal vergessen zu saven. Das ist gerade typisch für mich. Komm schon, du sch... Ich rede nicht weiter am besten. Oh, meine Fresse. Ja, das war nicht schlecht. Das war 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 gut. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Oh, das war nicht schlecht. Oh, schon wieder eine Feder. Wie viele von diesen Dingen? Oh nein. Oh nein. Oh, verdammt. Das war schlecht. Oh, die Dinger kann man ja essen. Wusste ich gar nicht. Ich weiß sonst auch nichts über das Spiel. Egal. Nein. Ja, genau so muss das sein. Ach komm schon, Bild. Du hast doch gelitten. Geh doch ein bisschen schneller. Oh oh. Nein. Seht ihr, das Bild hat echt gelitten. Na los, du Lutscher. Und jetzt schnell noch über. Nein. Oh oh. Save nochmal. Und jetzt mal dieses Teil da. Ich weiß immer noch nicht, was sie bedeuten. Ich halte hier nur Punkte. Los jetzt. Los. Schneller, 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 schneller. Äh, das war schlecht. Das war auch schlecht. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe 13 Läden. Huh. Die mir nicht sitzen. Oh, ich muss gleich weg. Oh, ich muss gleich weg. Du mir leid, mein Mikro warst. Na kurz, pausen. Tschüss. Ja jetzt.